Präsentiert von provideo-podcast.de, Ihr ProfiCast für bewegte Bilder. Fast fertige Musik für den neuen Film. Hier geht's um den Import von Daten aus einem anderen Projekt und das Anpassen der Parameter an das Aktuelle. So, Sie haben jetzt also diesen Auftrag erhalten, eine Musik für diesen Film zu erstellen und haben den Film bereits importiert und haben sich via OMF oder XML Ihre einzelnen Spuren in Ihr Projekt importiert und jetzt überlegen Sie sich, okay, was kann ich denn da für Musik machen und möglicherweise überlegen Sie sich jetzt, Moment, ich habe doch da aber letztens schon was gemacht. Jetzt muss ich doch nicht komplett von vorne anfangen, sondern probiere einfach mal, wie weit ich mit meiner bereits gemachten Arbeit komme. Und genau deswegen importieren wir uns jetzt Daten von einem Projekt, was wir bereits gemacht haben und zwar aus dem Projekt mit den Loops. Und um Projektdaten zu importieren, gehen wir auf Medien und unter Übersicht können wir unseren Computer durchsuchen. Das Projekt, was ich meine, ist unter Logic Training und da in Kapitel 3 exakt und wir nehmen die Version unmittelbar von dem Bouncen, das ist den Song Bouncen und importieren. Jetzt haben wir hier Zugriff auf alle Spuren in diesem Projekt und das sind vier Stück, einmal ein Schlagzeug, ein Bass, ein Piano und eine Gitarre. Ich klicke auf die erste Spur und Shift-Klicke auf die letzte Spur, um alle auszuwählen und von diesen Spuren brauche ich den Inhalt und die Plugins. So. Und dann klicke ich auf Hinzufügen. Was wir hier haben, und ich schließe mein Medienfenster, und dieses Fenster nervt mich gerade auch ein bisschen, wenn ich das schließe, geht ein neues Filmfenster auf, und zwar hier oben, damit ich nicht den Überblick verliere. Und das Timecode-Fenster brauchen wir im Moment auch nicht. So. Hier sind meine Original-Audio-Dateien aus dem Schnittprojekt. Die werde ich jetzt mal muten. Und dann gehe ich an den Anfang des Projektes mit der Taste 0 und höre mal, was mein Projekt hier so zu bieten hat. Jetzt kann ich hören, dass da irgendwas im Argen liegt, und zwar hat das mit dem Tempo zu tun. Das Tempo des Projektes, das wir damals erstellt haben, mit diesen Loops hier, wurde aufgenommen bei Tempo 122, im Gegensatz zu Tempo 120, was wir hier jetzt gerade haben. Und diese Instrumente laufen auseinander, weil diese unteren drei Spuren hier aus der Loopsammlung stammen und die dazu gedacht sind und dafür ausgerichtet sind, dass sie sich dem jeweiligen Songtempo anpassen. Diese Datei hier, im Gegensatz dazu, war eine ganz normale Audio-Datei, die wir vorher importiert haben. Und diese passt sich nicht automatisch an. Und ich sage nicht automatisch, denn wir können sie dazu bringen, dass sie sich trotzdem anpasst. Und zwar müssen wir zuerst hier in den Spurparametern unseren Flex-Modus aktivieren und im Falle von perkussiven Instrumenten empfiehlt sich der Modus Zerschneiden. Und das war es ehrlich gesagt schon. Ich springe wieder an den Anfang. Wie Sie hören, passt jetzt alles wieder zusammen. Und was da genau passiert ist, das können wir uns angucken, indem wir die Flex-View aktivieren hier oben. Oder wir nehmen den Shortcut, Command-F und ich springe an den Anfang und zoome ein bisschen rein. Und Sie können sehen, dass diese Region durch Flex-Timing bearbeitet wurde. Und zwar wurde sie gestreckt. Das sieht man daran, dass die Outline dieser Wellenform orange ist. So, und wenn wir das nicht machen wollen, ich lasse es jetzt gerade mal so, dann könnten wir natürlich auch hingehen und das Tempo ändern. Allerdings gibt es dafür Folgendes zu beachten. Wenn wir das Tempo ändern, hat das Einfluss auf die Positionen dieser schon im Projekt befindlichen Regionen. Das heißt, und ich kann Ihnen das mal kurz zeigen, wenn ich hier das Tempo mal radikal auf, sagen wir mal, 150 hochrasen lasse und diese zwei Spuren hier, die ja eigentlich mit dem Video synchron sein sollten, auf Solo schalte, damit wir das hören und ich nehme hier mal eine prägnante Stelle, dann können Sie mal hören, was passiert. Das heißt, der Ton passt nicht mehr zum Video. Ich schalte das jetzt hier zurück auf 120. Und was wir dagegen machen können, und jetzt, by the way, übrigens, stimmt der Ton wieder. Okay. Was wir also jetzt machen können, ist, diese Regionen in der Timeline festzunageln, und zwar anhand von einer Timecode-Position. Und die Timecode-Position ist das, was für diese Audio-Region relevant ist, weil sie zum Timecode des Videos passen müssen. Und das machen wir auf folgende Art und Weise. Wir gehen in unsere Listen, wo wir unsere Events haben, und in dieser Eventliste findet sich alles, was in unserer Timeline passiert. Das heißt, es ist beschrieben, dass dieser Drumbeat bei Position 1, Takt 1 anfängt und so und so lange dauert. Es ist natürlich auch beschrieben, was diese MIDI-Region für einen Inhalt hat, aber es ist auch beschrieben, dass diese an Position 5 anfängt, an Takt 5. Und es ist genauso beschrieben, wann diese Regionen alle anfangen. Und wir können diese Regionen jetzt verriegeln. Und zwar machen wir das auf der Sempty-Position, also auf Timecode-Wert. Diese sind jetzt alle verschlossen und können nicht mehr bewegt werden. Ich gehe aus meiner Liste raus und wenn ich jetzt das Tempo ändere, 150, dann stimmen meine Audio-Regionen hier immer noch mit dem Video überein. Allerdings hat sich das Tempo des Songs verändert. Wie Sie hören können. So, unsere Tempoänderung ist allerdings gar nicht so gravierend von 120 auf 122. Und wenn wir jetzt wieder uns in den Flex-Mode einloggen, dann sehen Sie, dass wir hier die Region nicht mehr orange eingefärbt haben, sondern die wieder schwarz ist. Das heißt, sie spielt jetzt im Original-Tempo ab. So, und jetzt haben wir eingestellt genau das, was wir wollen. Dann, unsere Regionen hier unten, die dem Video zugeordnet sind, hören auf den Timecode und diese Regionen hier oben hören auf unser Tempo und auf unser Taktmaß. Und dann geht's. Vielen Dank.